Hallo Freunde, Freunde, Mädels und Jungs, also man hat mich jetzt hier engagiert, um die Sendung hier mal ein bisschen zu gestalten. Die Sendung heißt VH1 hoch 5, ja, VH1 hoch 5. Der ist mathematisch, da war ich ja irgendwie ganz schlecht immer. A la Musik, da war ich gut, also ich war damals schon im Klamchor und so und in der Kirche war ich auch immer gut und so, aber ich wollte ja auch immer Elvis sein, ja, Elvis war natürlich, das war das Ding, ich war zu einer gewissen Zeit da, ja, Rock'n'Roll, da war ich drittbester Rock'n'Roll-Tänzer, mit Elvis habe ich eigentlich mein Geld verdient, denn zu Elvis habe ich getanzt, habe immer Geld verdient, abends in der Kneipe gewesen, dann noch so ein Mädchen bestellt, immer um zwölf kamen die Touris, Touristis und dann haben die immer, haben wir immer getanzt, ich habe meistens gewonnen, da war noch so ein Riese, der hat die immer so gewirbelt, ich habe mehr so, ja, schlapprig, ein bisschen, und der, und dann hat der gewonnen, ich, aber es war immer gute Kohle und dann noch einen anderen Club da auch nochmal, ja, nur zum Tanzen, also irgendwie, ja, Elvis, also okay, jetzt kommt Elvis, ja, ach man, von Elvis, ich könnte euch erzählen, also ich meine, dann habe ich der Zeit auch immer Elvis mitgesungen, ich fand auch Elvis gut, als Elvis schon dick war, da fand ich ihn total, ah, der ist so dick, weil Elvis hat so eine geile Stimme, das ist einmalig, okay, Elvis, mein Titel heißt, Blue Sui Shoe, okay?